Ich habe es natürlich gemerkt, es ist die ganze Zeit Slayback, nach den ganzen Kammerversionen hier. Das nächste Stück ist eine Gemeinschaftsproduktion von Neulodus Schleimaran und Mustafa Bougalou Weißenfeld. Und wer das nicht oft genug machen kann, wir haben das hier festgehalten auf Erdöl. Darum geht es ja, ihr wisst ja, Wasser, Öl, Wasser, Öl, Maswell, Heel. Hey, Emo. Ah ja, und weil die Bühne immer noch nicht voll genug ist, kommt jetzt noch dazu Floin, Wolfgang, Amadeus, Emo. Herzlichen Dank. 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 Ich hoffe ihr habt euch gut eingegroovt Von dem Big Band Ding, dass sie das schufen Ich stelle mich hin und schwing die Hufen Und frag mich, ob ihr auch beruft seid Hier in der dunklen Krypta Darunter hängt das Zent da Es ist leer, blickt ein Licht Und manchmal trifft ein der Blitzlicht doch nicht Aber es ist ein neuer Versuch Es ist so, als wäre ich kein Buch Doch alle Seiten sind noch leer Deswegen werft mir ruhig ein paar Worte her Ich baue die dann in den Text bereit Denn es scheint der erste Versuch zu sein Und ich hoffe ihr seid dann nicht zu leise Denn ich brauche Worte Ich brauche sie für meine Weise Ja! Ich sehr trinke ein Bier Exakt, wo kriege ich das her? Na da, hier! An der Riege, da werden wir bedient In bester Welle, davon Dem bin ich bedient Da brauche ich nicht FDP Ansichtslos oder ich hab's nicht ganz verstanden Autismus! Autismus, ja! Das ist auch eine Art des geistigen Faschismus Man kann sich sehr gut konzentrieren Und dann muss man auch improvisieren Das ist doch alles sehr spontan Das finde ich vielleicht gleich nochmal die Meter auf dem Plan Doch er wartet noch vier Takte Denn dann hat mich noch Worte das Ganze beknackt Aber jetzt ist meine Zeit vorbei Deswegen brauche ich den Leser und Geschrei Ah, ich darf jetzt wieder einsetzen Weil da ist noch ein kleiner Platz frei Das ist so, als wäre hier ein Stuhl Und der würde gehen Nein, das geht nicht vorbei Das ist so am Horizont Man sieht sehr, sehr ferne Ziele Aber hier läuft noch einer vorbei Dabei wünsche ich mir, es werden sehr, sehr viele Sonnenbrille, äh, die brauche ich erst Muss ich später einbauen Wenn ich es nur gleich repetiere, denkt man sich Oh, dann aber nur der dumme Clown Aber ich lasse wirklich viele Gehirnen gehen Doch mal gehen Denn ich brauche eine Sonnenbrille Wenn ich am 1. Mai in der kalten Sonne stehe Heute Nacht war es null statt Der Leser kommt schon wieder in Fahrt Deswegen beende ich meinen Tag Dann bin ich bin mit einem Echephalennen Und ich bekomme Ich bin ein paar Jahren Wo bin ich ein paar Jahren Wo bin ich ein paar Jahre später Ja, wo bin ich mir ein paar Jahre alt Ah, einer geht noch. Na, ich denk mit noch einen aus, denn heute ist ja noch ganz schön volles Haus. Wo kam die Herkamen, ihr von zu Haus, vielleicht denk ich mir ja noch ein neues Wort aus. Haus auf Maus, das reimen die Anfänger, aber ich reime doch schon ein bisschen länger. In der Mitte kommt hier tief hinein, denn ansonsten ist da ein Stau in zwei. Stunden kommt bei keiner mehr rein und die Leute denken sich, oh, die Blase ist klein. Sie müssen dann raus in den ersten Stamm werden, sonst werden sie von Ingo gefoppt. Wer wird denn Rehmer schämmen? Der wird elendig verämmten. Das kann man gar nicht tun, denn dann ruf ich nicht nur Hütchen, ich ruf ein ganzes Huhn. Oder auch einen ganzen Hüderstall, bedenkt vielleicht an den Überkstall. Ich reiche die Kollekte nochmal weiter, damit ihr auch nicht am Geld scheitert. Denn das gibt alles Geld und wenn ihr euch hier entgiften, dann ist es gut für die Welt. Der Musik wird ernährt, aber jetzt ist es vielleicht mehr Bläser wert. Ja! 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 Musik Kiewåse Applaus 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 Im und eilenen! Im und eilenen! Im und eilenen! Im und eilenen!